Alien vs. Preddy Oh Jetzt weiß ich nicht wie das zu Ende geht Boah das ist ein verdammt doofes Gegner Team Zu der denke ich mir deine Mutter Zu dem denke ich mir deine Mutter Zu dem in der Mitte denke ich mir auch deine Mutter Dann der daneben Deine Mutter und Poppy Das bist du Das bist du Poppy ist deine Mutter Ich stell mir das grad vor wenn meine Mutter So zwei Zöpfe hätte Kommen Ist deine Mutter blau? Nein Ist deine Mutter keine Mutter? Jetzt hat er es dir aber gegeben Ja hat er wirklich Ist deine Mutter blau Ja ja immer diese Gewalt zu Hause Alkohol hat mein Leben verändert Scheiß Ginz Immer wenn mein Vater abends betrunken Nach Hause kam musste ich ihn immer ablaschen Hast du zu Hause immer noch angespuckt? Warum das denn? Mach einfach nur so Aha Böse Alex Huch Huch Markus brauchen wir mal wieder drei Stunden zum Laden Also ich bin bei mir jetzt fertig Bei mir hängt es noch an der Poppy Poppy ja auch Also sag deiner Mutter mal sie soll ihr Holzmodem ankurbeln Huch 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 Wormitt Huch Huch 第 4 Wormitt Endlast Huch Huch Und Huch sagst du. Ich kann jetzt mal auf zu husten, das nervt. Was, Kimon? Egal. Ja. Ist aber ganz schön, dass Maude Kaiser trotzdem so viel Basic hat, ne? Basic was? Basic DPS. Weil er es ja auch vor und dringend braucht. Ja, ne? Hast du auch DPS drin, Kimon? Ah, 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 nee. Das war nicht peinlich. Nee, weil bei seiner Zahl 0,625 plus 0,65 steht. Das steht bei jedem. 30 Sekunden, Kimon. Was wird da vorne? Ey, vorne. Ja, dann gehen wir ran. Hm. Oh Mann, jetzt können wir keine perversen Sachen machen. Warum? Ja, Mordekaiser und so äh, Dingens hier. Ja, er hat Stachel. Na, gibts mir. Es geht besser mit Garlion. Ja, verfolgt mich. Die Personnen sind erschienen. Scheiße, bin ich gar nicht. Tu einfach so, als wärst du schneller. Bin ich auch. Ich gehe so schnell, ich ah! Ich gehe so schnell, ich ah! Das magst du dich aber immer. Die weiß doch, wo wir einfach mal durch den ganzen Jungle ließen. Immer um die Insel rum. Ja. Hoffentlich kriegen wir nicht die Mumie. Bitte nicht die Mumie, bitte nicht die Mumie. Ach, die geht junglen! Oh, wie arg. Klar, du wärst dann mehr. Trin da, ne? Trin da wäre Solo Lane. Ich würd weiter vorne stehen, damit du, äh, auch Leute klickst hinten im Bedeutung stehen. Einen Cannon. Warum gegen? Los, ziehen ran. Los! Ich hab gesagt... Oh, ein Jungler! Also zwei Solo Lanes! Wir sind einfach zu gut. Daran fang zu gehen. Ich bin ich nicht, ich bin ich. Angi, woran wartest du? Ich, äh, will keine Creeps abzunehmen. Du kannst jetzt so lange warten, bis ich seine Creeps AG liefere. Äh, ja. Aus der Pose kriegt ihr sowieso, äh, kriegt ihn sowieso nicht rangehen zu. Ach, da ist der Creeps. Ich... Die wollte ich doch gegen den Creeps haben. Ja, ja, immer den Creeps. Äh, fass mal ein bisschen auf. Ja, ja. Ich... Ich hab keinen Bock, gleich hier meinen Wissen den Stein zu begraben. Ja, ja. Der Stein ist vorsichtig. Das war aber ganz klar. Jetzt muss er weglaufen. Ja. Wie funktioniert er sich, der Jude? Wie funktioniert er sich, der Jude? Nicht der Fehler. Und leider hab ich noch. Fack, wie du auch vollgekehrt. Ja, dann hat er nichts anderes geskillt. Der kennt der Kind nicht. Doch, ich kann das nicht weg. Ich griff das Beeps. Ich behalte schon immer 22. Ich hab keinen Sinn. Ich hab keinen Sinn. Oh. Ich bin Blitzcrank. Aus dem Typ hat die Arme schon genug Angst. Egal, du musst mehr Angst fahren. Oh, aber hat der Fahrer. Nice. Nice, nice, nice. Danke. Hat der... Ah, nein. Ja. Es sah so aus, als wenn er noch wegkommt mit einem HP oder so. Schlagen! Der hat ja nicht sein Ulti. Oh, 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 oh. Uh, daemon. Und jetzt lässt du mich eiskaltieren. Tach! Mhm. Du blöde! Arrrr! Du gehst sterben! Nimm eine genügende Packung tot! Was denn? War ja Andi Weißer von letzter Runde her, dass wir keine Solo-Lane mögen. Vollmorde-Solo-Lane, das war sehr amigant. Ja, ja, da hat er auch Maul gekriegt. Du musst dir das vorstellen. Der kam, als er einmal verreicht war, ne? Kam er wieder. Der hat... Der hat... Wir haben sofort drauf, glaube ich, der hatte wieder nur noch zwei Balken. Der ist tot. Hopp ich. Nein. Moment. Hat er noch einen Haltfang? Äh... Ah, nee, der hat ja nicht verstanden. Ja, ganz low. Stimmt nicht. Ja, eh, genau. Wer es nicht leisten kann, ne? Ich hab zu mir. Oh, Windbus tut mir. Was ist das Okay. Oh, von Vasallen! Oh... Warne. Ah, das ist tot! Warne. Weil der kubelgen, den Baf hat. Ich kann ihn durch die Lupe ran, ich stehe nicht in der Lupe. Ah, das ist ja nicht so. Was macht er denn? Bitte ich? Doch, ich hab ja was. Ja, ganz gut rum. Das ist das beste von Lade, genug oder was? Ich glaub das soll den E-Grooog, oder der Kassel-Grooog darstellen. Wo ist er denn echt nicht? Komm nicht dran! Nur die Mini-Range. Aber gar keine Blitzblitz. Okay. Der vor der Mini-Aufmacht. Ja. Der vor Armut muss. Du bleibst ihr. Hm? Cool. Ha, wie geil! Ich glaub der hat sich verkickt. Wie glaub ich nicht. Ich glaub der fand das gerade witzig. Aua, ich muss jetzt halt noch mal probieren. Ah, nix, du hast zu fliegen. Nix, du hast zu fliegen. Nix, du hast zu fliegen. Ah. Lauf du lieber weg. Ja. Ja, das war doch. Fucking Ammonie. Oh. Ich guck die ganze Zeit zu. Oh nooooh. Oh, mach mal jammer. Geh mal reingucken. Als Thema. Blödsinn. Ey. Geh mal rein. Geh mal rein. Geh mal rein. Geh mal rein. Oh, zum Glück wurde mir das erspart. Du warst nicht drin, oder? Nein. Sie ist ja wieder da. Komm her, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen, Kelly. Nein, das ist zu wenig. Jetzt stehst du hinter Krieg. Mich verarschen, Kelly. Willst du das? Geh mal rein. Geh mal rein. Ja, genau rein. Ja, genau rein. Ja, genau rein. Ja, genau rein. Den Wolf. Da bin ich mir sicher. Ja, der läuft nicht mehr weg, oder? War es früher nicht eigentlich mal so, dass wenn einer... Was mir egal war, dass er mich angegriffen hat. Mein Schild hat einfach alles geblombt, ne? Wenn einer was? Wenn einer im Bus stand und angegriffen hat, dass man das komplette Gebüsch sehen konnte. Ja, sieht man mal. Ein Geltner wurde getötet. Ein Geltner wurde getötet. So was hat man auch noch nicht gesehen, oder? Doch, gerade. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Leute. Ich bin gleich gelockt. Piu. Den Kill habe ich drauf. Da hat die Mumia gedacht, sie könnte unseren Vampir von... Ich gehe so schnell, ich kann. Ja. Wer hatte nochmal gesagt, die Mumia ist gut? Äh... Die Won. Die Won. Die Won, glaube ich. Ja. Oh, Wortspiel mit Alex. Na. Ich hoffe, dass ich mir das schon anhören musste, ne? Ja, du findest doch selber immer so ein lustiger Twisted Fail, oder so. Ey, es wird so fähig wie gesagt. Piu. Wir sind auf. Ja, fähig. Boah, das gibt es nicht. Boah. Die Unkennen. Äh, ja. Geht's noch. Du hättest nicht vorher was gesagt. Du hättest noch entzünden mit draufgeknackt. Du hättest nicht hier können, aber der wird vor. Geht's noch. Ja, okay. Geht's noch. Geht's noch. Oh. Loll. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Ich bin schon weg. Na ja, und hier ist... Was macht unser Ding in? Ich wollte eigentlich bitte Ult hier rein. Und den umholzen. Weg, nur Spann. Ja. Weil ich's kann. Mhm. Geh mal kurz drücken. Wir hättest echt offen. Ach, ja. 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 Jetzt haben wir unseren Papier geknuspert. Mach mal den Turm. Hey, goodbye. Mach mal den Turmplatz. Klar. Zurück. Autsch. Ich glaub dem Kenntnis langweilig. Der macht einfach so seine Stöße. Der macht einfach so seine Stöße. Boah. Jetzt haben wir unseren Turm. Ich bin nochmal kurz in der Mitte. Euer Team hat einen Turm zerstört. Alter, ich leg den Kerl echt in 1-1-1, ne? Wer drunter? Mhm. Schlechter. Schlechter. Welcher hat er denn? Hm. Ach. Und du? Und du? Ja, dann ist das eigentlich nicht. Die komische Möge ist in der Mitte. Es kann gut sein, ich denke. Oh, wieso. Ich gehe so schnell ich kann. Kennen, miss. Ja, genau. Ein Geschwister. Oh, nice. Hoffentlich kommt die Zunge. Ist das so genial. Da. Der Schuss am Kurs ist genial. Na gut, ich geh lieber mal zurück, das bin ich voll. Hab's aus, Mann? Ja, der ist früher als ich. Dann solltest du auch nicht mehr alles machen. Ich habe einen Interview.